Morgen kalt, da kommt der Willi bald. Er klettert in den Bagger und waggert auf dem Acker. Kein großes, tiefes Loch, was noch? Na ja, so fängt es an, da kommen alle Mann. Die bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Ein Haus. Und in das Haus hinein, die kleine Leute ein. Die Weltentdecker wollen, wir spielen, lernen tollen. Wer ist denn das Faktier? Na ja!